In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für mich da. Dank dir bin ich... Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Vlog. Wir sind zu Hause, wir haben gerade geduscht mit Nina. Was willst du essen? Was möchtest du essen? Nein. Radieschen? Ja. Meinst du mag Nina das? Radieschen. Keine Ahnung. Ich gebe dir mal eins. Das sind aber keine Süßigkeiten. Ich esse Butter. Du kannst es waschen. Wir haben geduscht und... Ja. Oder das hier spielt wie immer PUBG. Der muss auch gleich los. Und Lia schaukelt. Ich habe übrigens ein paar Bücher für Lina bestellt. Das wollte ich euch kurz zeigen. Die sind heute angekommen. Lina durfte sich ein paar Bücher aussuchen. Und wir dachten uns... Genau, wir durften uns ein paar Bücher aussuchen. Und wir wurden auch fündig. Das Gute ist, auf der Seite gibt es auch Lernbücher. Und das ist jetzt perfekt, weil im Winter kann ich mit Lina und Lia nicht alleine raus. Und wenn dann auch der nicht zu Hause ist am Abend, dann kann ich mit Lina hier durch die Bücher gehen. Ich zeige euch mal die Bücher. Ich habe solche Bücher noch nie gesehen. Deswegen habe ich auch so etwas Neues bestellt, was ich früher auch nicht kannte, damit es auch nicht zu langweilig für Lina ist. Und zwar einmal mein lustiges Soundwimmelbuch. Ein Tag in der Wimmelstadt mit über 50 Sounds. Das ist einmal dieses Buch hier. Das macht ihr dann auf. Und müsst ihr hier drauf drücken. Okay, warum geht das jetzt nicht? Moment. Und dann sind hier Gegenstände, die ihr finden müsst. Oder sozusagen das Kind. Zum Beispiel hier ist ein Föhn. Der liegt hier. Dann drückt ihr drauf. Und dann hört ihr so ein Föhngeräusch. Total das tolle Buch. Ich verlinke euch die Seite unten in der Infobox. Dann könnt ihr mal nachschauen. Das kann man hier auch an und aus machen. Dann noch ein Buch. Das ist einmal so ein Denkspielbuch. Mit der Lernraupe. Das ist übrigens die Firma, die die Bücher herstellt. Das ist der Verlag. Ja, das sind Denkspiele. Ich denke mal, Lina ist für ein paar Sachen noch zu jung. Aber zusammen machen wir das dann einfach. Schaffen wir schon. Ja, Schatz. Schiff. Ja, das ist ein Schiff. Dann einmal mein Gute Nacht Klavierbuch. Da haben wir dann Lieder und das Kind kann dann sozusagen das Lied Freihand spielen. Ich versuche mal eins. Ja, ich versuche mal eins. Wisst ihr, welches Lied das war? Das ist ein Kanon. Dann haben wir hier mein erstes Papierbastelblock. Lina, ich habe euch ja gesagt, dass ich Lina eine Schere gekauft habe. Und das ist perfekt. Da sind 40 Vorlagen zum Basteln, Ausschneiden und Kleben. Ich finde sowas richtig toll für Kinder. Also an kalten und regnerischen Tagen ist das perfekt. Dann einmal mein erstes Fingermalbuch für kleine Hände und Finger. Lina malt eigentlich immer unsere Handinnenfläche an mit ihren Wassermalfarben. Und hier kann sie dann ihre Handinnenfläche anmalen. Ich habe eigentlich immer geschimpft. Aber damit kann sie das gerne machen. Das vorletzte Buch ist, es klingt, es klingt, es stimmt. Mein erstes Licht- und Soundbuch. Das finde ich richtig cool. Also das habe ich noch nie gesehen irgendwo. Dann drückt ihr hier drauf. Dann steht hier, weißt du welches Produkt von diesem Tier stammt. Und dann drückt ihr auf Honig. Und das war richtig. Dann zum Beispiel, aus welchen Bestandteilen hat die Amsel dieses Nest gebaut. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger. Die Fische haben die unterschiedlichsten Schuppenkleider. Welches Lückenbild gehört zu diesem Fisch? Weißt du, welches Tierkind zu dieser Tiermutter gehört? Die Schmetterlinge haben wunderschön gemuffelt Vögel. Was ist das? Ein Pinsel? Nein. Mein Baby. Okay. Genau, und so weiter und so fort. Also richtig cool. Und Lina, bringst du mal das Stickerbuch? Ja. Hatte ich ja gestern. Und da hat Lina noch ein Stickerbuch bekommen. Mit über 400 Stickern, ne? Vom Traumhotel. Sticker, Sticker. Und zwar kann man das dann beliebig gestalten. Das haben wir jetzt schon angekommen. Aber es gibt noch tausend andere Seiten. Zum Beispiel hier. Die Sticker können wir dann auch sehen. Ihr wisst ja, Lina ist Sticker verrückt. Das hier hatte sie zum Beispiel schon mal. Mein Stickerhaus. Das haben wir Lina mal gekauft. Erinnerst du dich noch da dran? Genau. Ich will mich auf jeden Fall bei Us Edition bedanken. Danke euch mit Lina. Viel Spaß haben. Nach-Igime-Bress. Ich weiß, wir können besser sein können. Du solltest so schön in Lina. Bis zum nächsten Mal. You got me good, baby. Keep on coming back to you. I know that you know it. Cause you already messed it up. Entschuldigung. Die ganze Zeit hier am Aufräumen und Sortieren. Ganz bald gibt es nämlich eine Überraschung. Wir erwarten einen Gast. Aber wir sagen mehr dazu, wenn es soweit ist. Im Dezember erfahrt ihr mehr dazu. Im März, sorry. Okay. Ja, ich habe auch da jetzt einen Dönerkaufen geschickt, weil ich ehrlich gesagt keinen Nerv habe zu kochen. Vor allem sonntags ist immer so ein Gammeltag, finde ich. Ja, und der hat auch keine Lust, deswegen. Also der weiß nicht, was er kochen soll. Und ich meinte, komm, hol einfach einen Döner. Wir haben, glaube ich, seit drei, vier Monaten keinen Döner mehr gegessen. Und das letzte Mal habe ich einen Döner gegessen, wo Furkan bei uns geschlafen hat. Ich schaue die Leute hier. Ich schaue jetzt das Video hoch. Ich bin schon zu spät. Ich hoffe, ich schaffe das. Das ist 18 Uhr. Und ich habe auf jeden Fall alle Papiere geordnet. Die lagen nämlich immer zerquetscht in der Küche rum. Kennt ihr das? Wer die Briefe jedes Mal so irgendwo hinschiebt und denkt, das musst du das nächsten Monat zahlen. Und ich habe jetzt alles, was wir zahlen müssen, nächsten Monat hier hingeräumt. Und den Rest habe ich in die Ordner verräumt. Danach Linas Versicherungsnummer und alles Mögliche. Genau, Lias Versicherungsnummer, Lias Papiere, Linas Geburtsurkunden und so. Ja, das habe ich alles verräumt. Ich bin auch froh darüber. Ich habe jetzt eine halbe Mülltüte voll mit irgendwelchen Papieren und keine Ahnung was. Konto ist hier weggeschmissen, die ich nicht mehr brauche. Ich will das nicht zu Hause haben. Wenn ich irgendwas wieder brauche, dann will ich das einfach kopieren oder so. Zu Hause kann ich das nicht gebrauchen und ich habe echt viel weniger Müll jetzt. Und wir brauchen den Platz jetzt auch für demnächst. Ja, ich werde aber heute auch nichts mehr machen. Ich werde auch gerne dann noch die Wäsche bügeln von Audet. Das war's dann. Mehr werde ich nicht machen heute. Ich bin kaputt. Und vielleicht machen wir mit Wiener noch so einen Kuchen oder so. Mal schauen. So, ihr Leben ist schon etwas später, aber es ist schon längst weg. Und ich fahre mir jetzt hier die Klamotten. Ich habe nicht gebügelt. Ich hatte irgendwie keine Lust. Und was mir total auffällt, ist, seitdem ich die Pille nehme, ist ja jetzt schon fast eine Woche, oder ist schon eine Woche her, dass ich heute den Bauch bekommen habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, ob es durch die Hormonveränderung ist. Auf jeden Fall muss ich drastisch was dran ändern, bevor ich jetzt wieder zunehme. Ja, gelaufen, ne? Also, ehrlich, wenn ich schwanger bin, die Hormone sind einfach perfekt für mich, weil ich nehme einfach nicht zu. Egal, was ich esse, ich nehme nicht zu. Deswegen wünschte ich meine Hormone werden immer so, wie wenn ich schwanger wäre. Das wäre natürlich perfekt. Naja, ich merke mich auf jeden Fall morgen wieder. Also, der Block geht morgen weiter. Jetzt gibt es erstmal nichts mehr zu sagen. So, ihr Lieben, heute ist der nächste Tag. Oh, es sieht so kaputt aus. Aber die Kinder machen mich heute sowas von verrückt. Hier ist sie im Schub. Und Nina. Nina ist auch ein bisschen... Ja. Ich werde jetzt auf jeden Fall gleich kochen, aber vorher müssen wir kurz ein bisschen aufräumen. Ich glaube, ihr habt schon... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020